Hallo, ich bin Luca, Lukas oder Luca Sternchen S. Friedland und ich lese einen meiner ausgezeichneten Texte mit dem Titel Durch Doppelpunkt Leben Fragmente. Vier. Später Abend. Kirchturmglocken in der Ferne. Aus dem Wasser tauchen drei nackte Männer mit Gasmasken auf, kaum zu erkennen. Schemenhaft ihre sich leise bewegenden Silhouetten. Einer stolpert über einen herumliegenden Gartenstuhl. Die anderen bleiben abrupt stehen, lauschen. Nichts. Weiter. Der Gestolperte rappelt sich auf und humpelt ihnen hinterher. Schüsse fallen. Einige Enten flattern davon. Drei. Chaotische Zustände, sagt der Pfarrer und macht die Vorhänge wieder zu. Kann uns doch egal sein, erwidert seine Frau, die halbnackt an ein großes Plüschzebra gefesselt wurde und Striemen im Gesicht hat, da, wo ihr Mann sie behutsam und doch irgendwie fest genug geschlagen hat. Naja, meint der Mann und streicht mit der Peitsche ihren Körper entlang von unten nach oben. Wenigstens zahlen sie noch in die Kollekte ein. Lassen wir ihnen daher ihre Menschenjagd, solange sie sich nicht allzu sehr daneben benehmen. Genau, meint seine Frau. Sie hat die Augen geschlossen. Genau dort, bitte. Er schlägt sie auf die rechte Wade und streichelt seinen nackten Oberkörper unter dem schwarzen Bademantel. Draußen explodiert etwas. Zwei. Komische Sachen, die wir durchleben. An Deck des Kreuzfahrtschiffes Cruising unter Strich Love stehen ein Reiseleiter, eine Entertainerin und ein Praktikant und schauen der Leiche des Kapitäns nach, die sie soeben über die Reling gehievt haben. Alle drei sind irgendwie erstarrt. Kann irgendwer das Schiff steuern? Schweigen. Warum musste er auch ausgerechnet jetzt einen Herzinfarkt bekommen? Fragt der Reiseleiter und wischt sich etwas Schweiß von der Stirn. Wir tun einfach, als wäre nichts geschehen. Ja, meint die Entertainerin. Hm, ja, das ist gut. Schweigen. Also gehen wir jetzt einfach alle wieder auf unsere Zimmer? Fragt der Praktikant. Ja, so machen wir das. Schweigen. Kein Mensch rührt sich. Eins. M.Decker blickt dem leeren und so unglaublich weißen, zu weißen Blatt Papier nach, das im Aktenvernichter verschwindet. Das war das Letzte, alle 500 zu viel bestellten Packungen sind fort. Zufrieden klettert er in den Fensterrahmen und springt. Null. Sein Körper fällt eine Weile und er fragt sich, ob es wohl nie enden wird. Schließlich klatscht er auf einem Müllauto auf. Der Körper wird später in einer Linkskurve vom Fahrzeugdach fallen, einen Hang hinabrollen, in einem kleinen See untergehen und verschwinden. Wird zersetzt, wird eins mit der Natur und im ganzen wilden Zyklus. Danke. Applaus Applaus Applaus